Was ist los? Woher kommt die Schesserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von woher kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen nicht, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Na západní frontě vznikla nebezpečná situace. Hören Sie den Beschuss nicht? Nepřítel postoupil k Minsku. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die ODA haben. Není jasné, co se děje s Pavlovem. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zum Stakel. Okamžitě přilejte do Moskvi. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung zur Fahrt aufringen. Das heißt unerhört. Unerhört! Der Russe steckt zwölf Kilometer vorm Stakel. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwinten eine Eisenbahnbrücke über die ODA. Ach, Unsinn!